Follower oder so, ne? Lichtl. 430 Follower. Lichtl will ich unbedingt. Wir sind ein ganz kleines Licht und wenn ich mich, wenn ich unseren Kanal mit anderen, größeren Kanälen vergleiche, dann hatten wir schon, also wir, hey, wir sind echt erfolgreich für unsere Größe. Das ist halt schon toll und das seid ihr, das sind nicht wir. Wir sind einfach nur hier und quasseln irgendeine Scheiße und machen uns zum Affen und ihr seid da. And that's what it is. Weil ich halt auch erst seit ein paar Monaten schaue. Ja ne, es ist, wie gesagt, also, wie gesagt, in den Top 5 reicht mir vollkommen. Ey, das macht mich super happy. Ey, überhaupt. Ne, auch wenn wir nicht in den Top 5 sind. What the fuck? So ist das nicht gemeint. Sondern es ist halt krass, das zu sehen. Es ist eine Ehre, wenn wir in den Top 5 sind. Wir sind da gestern drangesessen und ich hab ein paar Nachrichten gekriegt, so von ein paar Leuten, wo sie geschickt haben, schau mal, wer bei mir auf Platz 1 ist und ey, wir hätten fast geheult. Ohne Scheiße. Wir sind da drangesessen und wir haben uns gedacht, wow. Einfach wow. Es ist einfach crazy. So, da sind Leute, die uns übers Jahr teilweise vier, fünf, hundert Stunden irgendwie konsumiert haben, wo ich mir denke, what the fuck? So, ey, das ist crazy, Leute. Das ist crazy und das seid alles ihr. Alter, ja, Quoro, alter, Quoro. Hi, ich versuche, Menschen zu finden, die mit Bloodborne spielen. Wenn jemand möchte, lasst mich wissen. Hi, wir sind Mio at, äh, Bloodborne and this is our first run. Das ist our first run, but thank you. Wie bitte? Ich hab ein Superball geworfen, ich hab Lichtl nicht bekommen, da hast du schon direkt keinen Bock mehr, ne? Jolly. For real. Ich hab Lichtl auch nicht gekriegt, hab ich Lichtl geworfen, ja, ne? Äh, Simjack, I hope, äh, äh, you, äh, how are you? Jolly, echt krass. Und Koro, echt krass. Und Zerberstung, echt krass. Und einfach, ihr seid alle die geilsten. Wanderners, Wanderners. Ich weiß nicht, ob du mich grad hörst, ne? Aber Gemma, we love you. Nice, Mr. Jolly. Wenn du willst, wann willst du kämpfen? Pokémon, real life, hab ich eh verkackt. Alter, ich krieg doch, ich bin, ich bin fett, ich bin Pazifist. Ich hab mich früher viel geschlagen, jetzt schlag ich, schlag ich mich allerhöchstens selbst. I'm French, I understand German. I, bonjour, ça va? French, we have, have a few French, äh, 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 follower. We love, we love them. We love them so much. C'est bien, couteau sola. She tries, she tries. Haha. Oui, ça va, merci et tu? Ça va, merci? Das heißt, glaube ich, ja, danke und euch oder dir. Ich hab mich noch nie geschlagen, hab noch nie in meinem Leben jemanden auf Ernst geschlagen. Aber sag, wann Pokémon Match. Oh mein Gott, der hat es mir abgekauft, dass ich Französisch kann. Er hat, habt ihr das gesehen? Der hat es mir abgekauft. She's excited about you, äh, you understand her. She tries to, äh, learn a little bit French for a few of, äh, of our followers. Oui. Oui. Äh, ich war immer nur Zuschauer, aber immer wurde jemand in mich reingeschubst und trotzdem auf die Nase bekommen. Das war so beeindruckend, Maxi. Koro, du bist so ein Süßer. Meinst du es ernst? Ja, der Koro ist so voll der Ernste. So, äh, I wanna go to Berlin in two years to live there. You want to live in Berlin? That's a nice choice, but Germany is cold. Ah, äh, äh, but you're from France, ähm, where from France you are? I was in Paris and in Straßburg. I was two times in France. Das war wirklich ernst, siehst du, Koro? Äh, siehst du, Maxi? Oh, really? You are a Tattoo-Artist? This is so cool. Dankeschön, Mr. Koro. And your favorite game is Bloodborne? Do you play Dark Souls? From Paris, but now I live in Auvinion. Koro. Did I, did I say that right? If yes, I'm French now. Vor paar Wochen bei Ape Tart war es noch voll überfordert und jetzt kam es aus der Pistole geschossen. Yeah, Maxi, siehst du? Ja, ich, äh, ich hab mal einen kleinen Spickzertel auf, Mandy. Sie gibt sich halt wirklich mehr, für jeden von euch. Crazy, also die Maxi ist manchmal mehr geschlaucht als ich, weil die muss sich echt, die, die, die saugt sich immer, immer ihre, ihre, ihre Maxigkeit aus den Fingern. Never tried Sekiro, but, ähm, I'd love to. Really? We never played Sekiro 2? Bober, Bober. Bober, oui. But, ähm, Doc's Fave-Game is Bloodborne. He loves the game. Never. How much, äh, so you played Bloodborne one run or how many hours you have from Bloodborne? Die französische Akzent ist kein Problem, ich komme von da. Ich hab einmal jemandem... Bloodborne is crazy good. I love it. Ich hab einmal jemandem eine reingehauen, weil ich wissen wollte, wie es ist und der mir auf den Sack ging. Er hat angefangen zu heulen und das tat mir dann so leid, dass ich das Thema für mich abgehakt hab. Ich bin einfach kein Arsch. Stimmt, Jolly. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man dir zuschreiben kann. Du bist einfach kein Arsch. Jolly ist einer der nettesten Menschen, die ich so kenne. Dark Souls 1, 2, 3, Elden Ring, Lies of P, and Bloodborne. Bloodborne is so crazy good. I love Bloodborne so, so, so hard. And Witch is your favorite? Bloodborne is so crazy good. Bloodborne? Ah, okay, wirklich cool. Nee, ich spiel's auf Playstation. I have 260 hours on it, and are you just playing Souls games, or are you playing more than Souls games? Which other games? Playstation. Erren Jolly. Ich würde ja gern behaupten, dass ich mich noch nie geprügelt hab, aber als ehemaliger Kampfsportler wäre es ne fette Lüge. Ja, das ist bei mir ganz ähnlich, Bumi. Was hast du gemacht? Boxen, oder? Ich hab Kampffressen gemacht. I play other games too, like Bioshock, for example. Bioshock is nice too, yes. Do you know Monster Hunter? If not, you can show for buy. Stopping by here, we play Monster Hunter a lot, and Monster Hunter is a little bit like, um... Souls games. Souls games, but... Anders. Monster Hunter. Warte, I can write it. If you're stopping by tomorrow, we play Monster Hunter. We play Monster Hunter every day, and we love the French people. Never played, but I like... Maxi, hab Oma in Nacht, was hier geschrieben worden ist... Moment. Bova, bova, curva. Bova, curva. Was in the kid? Oh, thank you, Mr. Co. Je suis montée, was heißt das? Aber das heißt bestimmt irgendwas Süßes. Jetzt, jetzt Koro voll gemein. Ähm, Moment. Komm, du Schwein. Ich bin hochgegangen. Thai-Boxen, Kung-Fu, etwas Karate und Tai-Chi. Karate. So wie Sandy. Aber es gibt jetzt kein Beef mit Twitch wegen dem ekligen Pohloch von dem Schwein. Das war in For You and Me. Ah. Das war die Außer-Message von Franzosen, wenn die Monster reiten. Achso. Ähm, yeah. So. Ähm, äh, Simjack. Monster Hunter ist nice, too. Und we play Monster Hunter a lot. And we play Dark Souls, äh, Elden Ring, Bloodborne. And all these titles. So. We'd love to see you every day. Kannst du mir bitte das Ladekabel geben? Ich hab kein Ladekabel. Ein Handy geht aus, schau. Du hast das gerade abgesteckt. Ne, das ist das vom Controller gewesen. Äh, hier das andere. Thank you. What is your favorite, äh, Boss in Dark Souls 3? Dark Souls 3? 3? Dark Souls 3? Was heißt, 1, 2, 3? Dark Souls 3. Let's go! Ähm, yeah, ähm, now we, ähm, first of all we try to beat the game whole. Geil. But, after that, yes. Ah, this is from the DLC, right? Der habe ich nicht gemacht. Yes, Koros, right. They have a very similar audience. Slave Knight Gale from the second DLC. Ah, DLC. Oh, no, we didn't play the DLC. Yeah. But, we have to. Best Boss in All Souls 3, to me. Maxi hates the Pontifex. Pontifex. Killed her many times. But, Koros, right? They have a very similar audience. This is correct. Which is your fave? Maxi, what's your fave in End of Legacy? Äh, I think, the Abus Watcher is a nice boss. I think, äh, ähm, puh, wie heißt der denn? Welcher? Pontifex. Äh, 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 nee. Maxi hates Pontifex. Der ziemlich nahe am Ende war. Äh, Nameless King. Nameless King is nice, I think. Soul of Cinder was interesting. Äh, Sullivan. Kennst du Artorias in Dark Souls 1? Ja, ist schon lange, lange her. Der Name sagt mir was. Und Dark Souls 1 habe ich auch durchgespielt. Also müsste ich ihn gesehen haben. Ich weiß jetzt nur nicht, welcher das ist. Äh, ich, ich google es gleich mal. Ach. Oh ja, Sullivan. Sullivan killed Maxi many, many times. Maxi don't like Sullivan. It's her Nemesis. Wie wird der geschrieben? Artorias. Artorias. Hier, der sieht ziemlich cool aus. Ja, voll krass, Koro. Voll krass. Voll Koro, krass. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Das läuft doch ganz gut, oder? Wir spielen jetzt seit 2,5 Stunden. Und ich bin 3 mal gestorben. Und einmal gehört es zur Story. Für mich zumindest. Gehört es zur Story. Sei selber verflucht. Komm, zu mir. Zeit zu sterben. Sullivan und I are really good friends. Sullivan ist a bitch. Ich glaube es ist gerade Werbung. Okay. Ich glaube, da spielt wer anders. Selber. Warst du da eigentlich schon da, als wir den Gag gemacht haben mit Fatty, Koro? Ich glaube nicht, ne? Da war ein Kumpel von mir da, der ziemlich, ziemlich, ziemlich gut ist, äh, bei Fatales. Und der hat dann Fatales gemacht. Und ich habe so getan, als wäre es ich gewesen. Ey, ich. Warum? Ne? Come on. Ups, könnte es mal jemand sauber machen. This, so, this is your first Bloodborne run. No? But yes, ähm, I played Bloodborne a few years ago, but not full, not to the end. Ähm, and now I played, I played many, war das so eine Art April-Scherz? Was für ein April-Scherz? Ne, das war einfach nur ein Gag, wir haben einfach so getan, oder, äh, die kennen den alle, deswegen war das witzig, was so. Ähm, hallo Gamma, ähm, schön, dass du da bist. I played Bloodborne once or twice, but not full, and without the DLCs. He doesn't finish it. He doesn't finish it, ähm, and now we played Elden Ring a little bit, we played Dark Souls and we played Monster Hunter, and Monster Hunter is very similar to, äh, to Bloodborne, äh, and the Souls games from, from the, ähm, from the, 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 the handling, I don't know how to, how to, the, the Dings, you know, um, no? And the I-Frames in Monster Hunter are very few. The controls, thank you. We never played, ähm, many, many, we never played long. Yes, we never played, äh, long, Bloodborne, Bloodborne, long. Blood-dumpf, Black-blah-blah, Blood-blah, Blood-blah, Blood... Bloodborne for a long time, so. I love Bloodborne, cause, äh, the, the, the atmosphere is crazy. Was ist Klavion? Danke für die Points, the Burstung. Never finished it, yes, I never finished it. Und das ist das, was wir versuchen, dieses Mal zu tun. Wir streamen jeden Tag. Und wir spielen... Normalerweise spielen wir Monster Hunter. Aber einer unserer Follower und meiner Mod haben eine gute Zeit. In den letzten Tagen. Also habe ich entschieden, ihn ein bisschen mit Bloodborne aufzunehmen. Denn er mag Bloodborne. Und er mag Souls-Games, die zu sehen. Danke für die Löp-Zerbestung! Danke für die Löp-Zerbestung! Koro, wenn du einen Pokéball wirfst, also wenn du jetzt nicht grad einen Hyper- oder Superball werfen willst, dann reicht es, wenn du Poké-Catch machst. Was geht ab, Gamma? Was geht ab, Gamma? Ich habe Pike-Catch geschrieben. Du darfst es natürlich auch gerne weitermachen, Koro. Maxi wollte dich nur nett ein bisschen darauf hinweisen, dass du dir nicht deine Finger brechen musst beim Schreiben. Denn wir benötigen deine Finger. Maxi und Koro. Gratulation in zwei. Noice! Gamma, ich habe gestern das Spiel noch beendet. Ach ne, ich habe dir glaube ich geschrieben. Ja, ich habe dir geschrieben. Pika-Catch! Hat eigentlich dann auch ganz Spaß gemacht. Ging dann auch ganz schnell. Ich hatte dann am Ende auch gar keine Geldprobleme mehr. Ich habe einfach einen Haufen Leute gebaut. Garçon. Garçon? Ist das richtig? Gascoin? Ja, Garçon ist der Boss, der jetzt kommt. Oh. Das ist mein Lieblings-Blood von Boss. Wir haben... Ein Hund hat den Wölf auf der Brücke den ersten Mal verletzt. Cleric-Blood. Cleric-Blood. Aber... Ich bin nicht sicher... Ich bin nicht sicher... Sie glaubte nicht in mich. ...wenn er diesen Boss den ersten Mal verletzt. Ich glaube in ihn. Er kann das tun. Lass ihn aufhören, Leute. Schaffst du. Easy. Ja, das ist jetzt gut, dass ich jetzt keinen Druck hab. Der tut nur Holz hacken. Dem ist kalt im Winter, deswegen braucht er Holz. Das ist äh... Das ist Maple-Sirup. Der stinkt aus dem Mund. Der stinkt aus dem Mund. Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Was ist das für ein Blut? Das ist der Blut. Es sind für mich. Ich kann nur kommen, dass man krank zu machen. Was ist das für ein Blut?